viel spaß wir haben eine wunderbare cd auch aufgenommen mit unserer wunderbaren santiago und unsere cara chutan und pascale kamen ganz tolle kollegen sind da drauf live eingesungen eingespielt la familie italienische momente einfach mich antickern über facebook oder instagram ich bin der claudio auch gar nicht so teuer und sind tolle sachen drauf die der ciroma na deutsche vita ciao ciao Bambino.